Hi, hallo und herzlich willkommen zurück hier auf der Lobbystage des University Future Festivals ausgerichtet vom HFD und der Stiftung für Innovation in der Hochschullehre. Heute ist bei mir Dr. Corinna, und jetzt kommt der klangvollste Nachname all meiner Gesprächspartner in den Corinna Porsche. Hallo Corinna, ich freue mich, dass du dabei bist. Corinna, du bist Projektmanagerin bei der HRK und im HFD bist du Koordinatorin für Aktivitäten innerhalb des Innovation Hub. Aber ich weiß, dass du erst ganz kurz beim HFD bist, deswegen erzähl uns ein bisschen was über dich. Wo kommst du her und vor allem in welchem Fach hast du einen Doktor gemacht? Ja, das stimmt. Hallo, erstmal, ich bin in der Tat erst frisch vier Monate im HFD, in der HRK. Ja, ursprünglich komme ich aus Minden, bin aber jetzt fast schon, ja, Rheinländerin in Bonn. Das gleicht manchmal nicht aus, der Karneval tut sein Übriges dazu. Ich bin, genau, einerseits Geografin, habe aber auch Lehramt studiert für Gymnasium, bin aber vom Herzen her Geografin, immer mit dem Blick auch für Bildungsthemen, für Themen Arbeitsmarkt und Fachkräftesicherung. Genau, das ist mein Ursprung und deswegen ist es ganz toll auch im HFD und in der HRK zu arbeiten. Cool, wir freuen uns total, dass du da bist. Ein guter Kollege von mir ist auch Geografin und der sagt immer, Geografin können alles, also von daher, du bist genau am richtigen Platz, würde ich sagen. Sag mal, als ich gelesen habe Innovation Hub, da habe ich natürlich erstmal im Internet gesucht, was ist das denn eigentlich, der Innovation Hub im HFD und habe da eine Förderlinie gefunden, die aber schon aus dem Jahr 2017 kommt und zwar eine Förderlinie vom Stifterverband. Die hießen auch Innovation Labs oder Innovation Hubs. Damit habt ihr aber nichts zu tun, sondern der Innovation Hub ist ein neues Projekt im HFD. Kannst du uns ein bisschen mehr darüber orientieren, was das eigentlich ist, der Innovation Hub? Genau, der Innovation Hub ist ein neues Arbeitspaket, jetzt auch seit der neuen Förderphase, seit dem Sommer 2021 und letztendlich ist der Innovation Hub vereint da sozusagen unsere Think Tank Aktivitäten, die wir seit jeher auch schon im HFD auch bearbeiten. Es geht darum, Wissen zu generieren zu wichtigen Themen auch mit Bezug zur Digitalisierung in Lehre und Studium. Aber wir wollen eben nicht nur neues Wissen generieren zu wichtigen und innovativen, zukunftsträchtigen Themen in der Hochschullehre, in der digitalisierten Hochschullehre, sondern, und das ist sozusagen auch neu im HFD, wir wollen auch zukünftig das Wissen, das bestehende Wissen und das Wissen, das entsteht in unseren Aktivitäten, auch stärker in die Umsetzung bringen und in die Praxis, also in die Hochschulpraxis und zwar auf breiter Ebene auch bringen. Das heißt, von den Lehrenden bis hin auch zur Hochschulleitung und auch in die Hochschulpolitik. Und letztendlich geht es darum, eben, ja, experimentieren und einen Kollaborationsraum auch für innovative Themen zu sein, innovative Themen zu entwickeln, anzustoßen, zu begleiten. Und dazu gehören auch solche Themen, also einerseits Visionen für die Zukunft, für die zukünftige Hochschullehre im digitalen Kontext auch zu entwickeln. Und dazu gehören zum Beispiel Themen wie zukunftsfähige Lernräume oder eben auch eine partizipative Visionsentwicklung. Das Thema digitale Souveränität spielt in unseren Think Tank Aktivitäten aktuell eine Rolle, aber eben auch, es ist ein agiler Raum, wo es auch eben darum geht, ja, wichtige Themen sehr, ja, agil aufzunehmen, zu bespielen. Und ein wichtiges Thema in unseren Aktivitäten ist eben auch das Thema Chancengerechtigkeit bzw. digitale Teilhabe. Es ist kein neues Thema und das ist eben auch das Wichtige, aber es muss zukünftig noch eine viel größere Rolle spielen. Und zwar genau deswegen, und das hat Herr Zimmermann ja auch in seinem Vortrag heute Morgen erwähnt, es geht darum, eine bessere Lehre für alle zu schaffen und nicht nur für solche Studierende, die gewisse Bedarfe oder auch, ja, Einschränkungen haben. Den Talk von Herrn Zimmermann, auf den wollen wir nochmal ganz explizit hinweisen an dieser Stelle. Das war ein ganz toller Talk, den können wir inzwischen nachschauen, den kann man sich nämlich angucken. Der wurde natürlich auch aufgezeichnet. Also von mir und ich glaube von dir auch, Corinna, eine ganz dringende Empfehlung, das zu tun. Wer den heute Morgen verpasst haben sollte, den Talk von Herrn Zimmermann, auf jeden Fall einen Blick wert. Und du hast das Thema angesprochen, wir wollen über Chancengleichheit sprechen. Und unter diesem Oberbegriff, da fallen ja eine ganze Reihe von sich teilweise überlappenden Aktivitäten. Man denkt bei Chancengleichheit immer zuallererst an die Gleichstellung weiblicher Führungskräfte zum Beispiel, aber auch generell von Frauen in Forschung, Wissenschaft, in der Lehre, an Hochschulen, aber natürlich auch im einfach gesamten Wirtschafts- und Bildungssystem. Das ist aber nur ein Teil der Chancengleichheit, den du angesprochen hast. Ein zweiter Teil ist Barrierefreiheit, ist auch Diversitätsgerechtigkeit. HFD und HRK beschäftigen sich, glaube ich, schon recht lange mit den Themen. Die konkreten Ziele in der Arbeit in dem Feld, kannst du uns da so ein bisschen erleuchten? Worum kümmert ihr euch ganz konkret, was steht als nächstes an? Genau. Es ist in der Tat ein Thema, das uns schon sehr lange begleitet. Nichtsdestotrotz ist ja auch insbesondere durch die zunehmende Digitalisierung während der Corona-Pandemie haben sich auch sehr, sehr viele Gefahren und Risiken auch für bestimmte Studierendengruppen ergeben. Und deswegen sind Fragen der Chancengerechtigkeit in vielen Teilen sehr viel virulenter geworden. Das betrifft zum einen, wir fokussieren uns zum einen im HFD-Kontext und im Innovation Hub unter dem Stichwort digitale Teilhabe, zum einen auf Studierende, die auch aus einem bestimmten soziokulturellen Kontext, die zum Beispiel nicht über die Möglichkeiten verfügen, oder über die technischen Ausstattungen verfügen, gleichberechtigt auch digitale Angebote wahrzunehmen. Zum Beispiel, wenn ein WLAN fehlt, wenn ein Computer fehlt oder wenn auch überhaupt ein Raum zu Hause fehlt, in dem man überhaupt auch die digitalen Angebote nutzen kann. Das ist sozusagen die eine Perspektive, die wird vor allen Dingen im CAE vom Kollegen Neubert auch betreut. Und wir in der HRK, also wir sind Frau Dr. Ingenrabbel und ich, wir kümmern uns dezidiert um das Thema Barrierefreiheit. Das heißt, um Studierende, die eben bestimmte körperliche und dazu gehören auch psychische Einschränkungen haben, die eben dazu führen, dass sie auch nicht bestimmte Angebote nutzen können. Und ganz wichtig auch, es gibt gesetzliche Verordnungen, da hat auch Herr Zimmermann in dem Vortrag heute darauf hingewiesen, die einfach die Basis bilden. Das heißt, Hochschulen kommen gar nicht drum herum, auch diese Verordnung umzusetzen. Und genau das bildet auch die Basis unserer Aktivität. Und vielleicht, um das ein bisschen plastischer zu machen, also zum Beispiel eine Studierende, die zum Beispiel hörengeschädigt ist oder hörengeschränkt ist und darauf angewiesen ist, Lippen zu lesen. Wenn zum Beispiel ein Zoom-Raum besteht und alle haben ihre Kacheln oder haben nicht ihre Bilder an und sie kann nicht Lippen lesen, dann führt auf einmal diese Digitalisierung zu großen, großen Einschränkungen und Hürden. Und genau damit beschäftigen wir uns, wie kann man die Hürden so gut es geht minimieren in einer zunehmend digitalisierten oder hybridisierten Universität. Aber, und das hat auch Herr Zimmermann nochmal ganz gut erläutert, wie kann man die Chancen der Digitalisierung auch nochmal bestmöglich nutzen, weil es ermöglicht eben sehr viel flexiblere, das heißt orts- und auch zeitunabhängere Formate. Und dadurch können auch ganz, ganz viele Bedarfe in den Blick genommen werden, sowohl von Studierenden, die körperliche Einschränkungen haben, als auch Personen, die zum Beispiel Care-Verpflichtungen haben oder sonst, oder halt noch berufstätig sind. Und darum geht es mit, einfach auch damit ganz viele Bedarfe in den Blick zu nehmen, die aber letztendlich zu Vorteilen für uns alle führen. Oder, Herr Zimmermann hat es auch gesagt, wenn bestimmte Angebote untertitelt sind oder besser strukturiert sind, dann hilft uns das allen. Und genau darum geht es uns. Ja, da übrigens auch nochmal der Hinweis auf die Homepage vom Hochschulforum Digitalisierung. Da ist relativ kürzlich ein Themendossier entstanden zu den Themen Barrierefreiheit und Diversitätsgerechtigkeit. Das finde ich deshalb eben spannend, weil das eines der ersten tatsächlich national rezipierten Themendossiers ist, die diese beiden Aspekte der Chancengleichheit gemeinsam denkt. Wo es eben nicht nur isoliert um die Barrierefreiheit oder nur isoliert um die Diversitätsgerechtigkeit geht, sondern wo eben beides zusammengebracht wird. Du hast vorhin die Studierenden, also auf jeden Fall mal anzurfen und lesen. Da sind eine ganze Menge sehr, sehr interessanter Blogbeiträge, aber auch andere Artikel zu finden, die mich als Lehrenden, ich habe es vor einiger Zeit gelesen, auch wirklich ein gutes Stück weitergebracht haben, weil man sich als Lehrender oft der Tatsache gar nicht bewusst ist, was man eigentlich noch nicht richtig macht und an welchen Stellen man, an welchen Schrauben man drehen könnte, um eben tatsächlich die Lehre auf der einen Seite barrierefreier, auf der anderen Seite aber auch diversitätsgerechter zu machen. Das ist manchmal, glaube ich, schwierig. Wir haben an der RWTH tatsächlich so einen Notebook-Ausleih-Service eingerichtet. Also ganz klar genau das, was du gerade angesprochen hast. Viele Studierende haben gar nicht die Möglichkeit, teilzuhaben, weil sie die Ausstattung noch nicht hatten. Wir sehen auch ganz klar Trends in den Studierenden, die diese Angebote abfragen. Das sind natürlich nicht die typischen Akademikerkinder, die bei uns aufschlagen, sondern das sind eher andere Gruppen von Studierenden, die auf diese Angebote angewiesen sind. Hochschulen müssen was machen, Lehrende müssen was machen. Jetzt hat die HRK schon 2009 ein Paper veröffentlicht, das war, glaube ich, ein Evaluationsbericht. Der hat den Titel Eine Hochschule für alle. Das war 2009. Wir sind jetzt, 13 Jahre später, was will man denn sagen? Wie viel hat sich denn getan an den Hochschulen? Also vielleicht teilen wir das mal auf, bis Corona und seit Corona. Ja, es ist sicherlich eine Frage, die auch nicht ganz so einfach zu beantworten ist, weil man das mehrdimensional denken muss. Ich denke, es ist schon eine große Sensibilisierung auch eingetreten. Und ich habe schon auch das Gefühl, dass auch diese Empfehlung auch einen großen Anklang gefunden hatte und den Eingang in die Hochschulen. Nichtsdestotrotz eben nach Corona und mit der Digitalisierung sind noch mal ganz neue Hürden entstanden. Und klar, jetzt kommen auch noch die gesetzlichen Rahmenbedingungen rein. Das heißt, dadurch wird sozusagen ein Zwangsrahmen auch sozusagen besteht dadurch. Aber nichtsdestotrotz stehen wir in ganz vielen Punkten, was das angeht, trotzdem auch noch am Anfang. Und es ist eben so viel eine Perspektive oder auf so vielen Ebenen ist es zu verankern. Und genau daran liegt die Herausforderung und das sehr ganzheitlich auch zu betrachten. Ja, das ist ein guter Hinweis. Wir sprechen immer über das Webzugänglichkeitsgesetz, wenn wir über die Frage der Barrierefreiheit sprechen. Ich glaube, 2016 verabschiedet. Auf jeden Fall mal anschauen. Da steht für uns als Hochschulen die gesetzliche Verpflichtung drin, eben tatsächliche Anstrengungen zu unternehmen, um auch unsere Angebote barrierefrei machen zu können. Ich glaube, die Hochschulen haben ihre Gesäße hochbekommen. Wir sind dabei, an ganz vielen Stellen in den Lernplattformen, in den Online-Angeboten Barrierefreiheit umzusetzen. Angekommen, hast du gerade gesagt, sind wir noch nicht. Wenn wir da aber sprechen über tatsächlich den weiteren Rahmen der Diversitätsgerechtigkeit, dann wird klar, wie heterogen das ist. Du hast gerade von den taubstummen Studierenden gesprochen, die möglicherweise Probleme beim Lippenlesen haben, wenn in einer Videokonferenz die Kacheln ausgeschaltet werden. Wir haben auf der anderen Seite, vor einiger Zeit hatte ich ein Gespräch mit einer autistischen Studierenden, die gesagt hat, das ist für mich total gut, weil ich keine Gesichter mehr sehen muss und mich diese Gesichter einfach so stark ablenken von dem, worauf ich mich konzentrieren soll, dass es mir sehr schwerfällt, in einer Live-Umgebung, in einer Veranstaltung teilzunehmen. Und es ist viel einfacher, mit den schwarzen Kacheln zu arbeiten. Also da sieht man schon, wie schwierig das ist. Auf der einen Seite schwarze Kacheln, eine totale Katastrophe, auf der anderen Seite ein echter Segen für die Studierenden. Also ein wirklich sehr, sehr weites Feld. Was plant denn das HFD im Innovation Hub für Aktivitäten, um diese Themen zu adressieren? Also ein wichtiger Baustein ist einfach die Sensibilisierung. Genau für die unterschiedlichen Hürden, Risiken und auch Chancen und auch, dass eben auch bestimmte Konflikte, Zielkonflikte entstehen, die du eben gerade auch erwähnt hast. Also das heißt, die Sensibilisierung, die betreiben wir zum Beispiel über Blogbeiträge, Hangouts, wo zum Beispiel, wo wir genau dieses Thema Diversität erleben, in einem Hangout auch am 30. November dann auch durchführen werden. Aber es geht auch darum, Workshops durchzuführen und Expertinnen-AGs. So haben wir zum Beispiel auch im Bereich Barrierefreiheit eine AG aus, oder eine Kommission aus Expertinnen und Experten eingerichtet, wo es auch wirklich darum geht, konkrete Maßnahmen und Werkzeuge zu entwickeln, um das Thema strukturell in die Hochschulen zu tragen. Aber auch da geht es eben auch insgesamt um die Sensibilisierung. Und da sind wir natürlich auch auf die Community angewiesen, in den Dialog zu treten, zu vernetzen, auch gute Beispiele aufzuzeigen, nach vorne zu tragen und auch die Praxis dann auch entsprechend, die Praxiserfahrung zusammenzubringen. Das heißt, auch hier nochmal der Aufruf an euch und Sie alle da draußen, macht mit der AfD-Hangout. Am 30. November ist die erste Möglichkeit, sich zu beteiligen. Ich danke allen Zuschauern und Zuschauern. Wir sehen uns in der nächsten Lobby Stage wieder und jetzt viel Spaß im Hauptprogramm. Tschüss. Tschüss.